EGYPT 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 Herr Kachbar hat, hat mir das Radar. Als Abgeordnete, kann man die Entscheidungen in der Komplett von jemandem. Eegypt, eine Patente Nation in der Lage zu agieren alleine, die Ergültung nicht ermöglicht hat, dass er eine Art Angelegenheit gibt. Es gibt eine Souveränische Regierung, die selbstständig принимiert werden. Herr Egemenlick, bei der Öl-Kadir. Unsere Land kann sich selbst entscheiden, und alle Intervenzungen der Externe, die in Form von der Mienung und Privatisierung der Ede. Ich werde nicht wahrnehmen, dass wir einen Tadkhal oder Tadkhalber über die Möglichkeit haben. Wir werden nicht mehr Verlusten über die Externe oder etwas von den Art. Wir müssen die Tadkhalber über die Ausgabe der Ede. Wir müssen die Tadkhalber über die Tadkhalber über die Einstechnung und die Tadkhalber über die Ausgabe. Wir müssen die Japaner mit der Tadkhalber über die Tadkhalber über die Tadkhalber über die Tadkhalber. Wir werden keinen Druck von außen zulassen, wie zum Beispiel Streicherung von Beihilfen oder andere Drogen. Ich danke den ganzen Menschen, die den Schaub in Mصri in der Welt verabschiedet hat. Grazie. Grazie a tutti alle Nationen, die die Europäische Union in den Zeitungen zu verabschieden. Ich danke allen Ländern, die uns unterstützt in unserem Kampf gegen den Terrorismus. Ich danke allen Ländern, die uns unterstützt, die Terrorismus, die Erdämmung, die Erdämmung, die Erdämmung, die Erdämmung, die Erdämmung und die Erdämmung sind. Ich danke allen Ländern, die das egyptische Volk in dieser Phase unterstützt. Wir haben wirklich alle Nationen, die die egyptische Bevölkerung in dieser Phase unterstützt. Wir haben keine Bürgerrechte, die die Egypterinnen und die Erdämmung sind. Wir haben keine Bürgerrechte, wir haben keine Bürgerrechte. Wir haben keine Bürgerrechte, die Egypter in der Terrorismus. In Ägypten gibt es keine Bürgerrechte, es ist keine Bürgerrechte, es ist keine Bürgerrechte. Ägypten hat viele Menschen gegen Terrorismus. In Ägypten gibt es keinen Bürgerrechte, in Ägypten gibt es keinen Militärrechte. Ägypten kämpft gegen den Terror. Das ist nicht eine civile. Ägypten ist nicht zu erleben. Ägypten kämpft gegen Terrorismus. In Ägypten gibt es keine Bürgerrechte. Die Terrorismus gibt es nicht in Ägypten. In Ägypten gibt es keine Bürgerrechte, nicht in Ägypten gibt es keine Bürgerrechte. Sie sind die Bürgerrechte. Sie sind die Bürgerrechte. Untertitelung des ZDF, 2020